Ich hab mal in den Streamen Also eigenes Spiel bin ich jetzt okay Ja warte ich hab in den Streamen Wie streamst du gerade? Ja Ich hör grad Musik Sagt Bescheid wenn ihr euch doppelt hört Das ist wegen meiner Control oder das passiert? Hannes schick mal Link in die Gruppe Das hab ich schon Livestreams Das ist wegen meiner Control oder das passiert? Hannes schick mal Link in die Gruppe So Elan Elan Wer ist Elan? Ich bin Elan Oh Ich dachte schon Erstmal Bicklake Mein Name werde ich auch heute noch Ähm Schönen Liken Schönen Liken Schönen Liken Schönen Liken Schönen Liken Oh Junge Oh Ich hab Dislike gegeben Hast du den? Ne ich hab Liken gegeben Mach mal Trio Arena Mach mal Trio Arena Ich hab Dislike gegeben Ich hab Dislike gegeben Ich hab Dislike gegeben Ja mach ich Ja mach ich Ähm Ähm Hannes Ich bin jetzt auch auf TeamSpeak drauf Nice Ich hab Dislike gegeben Ich hab Dislike gegeben Ja Ich hab Dislike gegeben 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 Ey wollen wir irgendwie mal Stream snipen Ähm ja Wartet Wen Lass Dich in dem Kast Alles Lass Dich Stream snipen Nein Ich hab Dislike gegeben Nein Ich hab Dislike gegeben Ich hab Dislike gegeben Nein Ich hab Dislike gegeben Ich hab's schon geschickt. Junge, wer hat das so laut an? Ich hab den noch nicht mal an. Ich hab's ganz leise. Ich hab's ganz leise. Den wollen wir deinen Stream snipen. Ich guck doch gerade mal an. Ach so. Timon? Timon? Tommy Jeans, Alter. Showcraft-Musik. Los, Timon, du bist lost wie ein Timon. Oh, wie heißt nochmal diese Musik? Oh, äh, äh, ich hab's vergessen. Die man bei YouTube-Videos oder so nicht anmachen darf. Äh, wie heißt das? Was ist das für ein anderes Gerät anmachen? Hä? Was ist das? Copyright. Copyright nicht. Ja, Copyright. Darf ich Copyright anmachen? Geh, geh, kein. Ja, ich weiß, was ich wissen. Wie viele gucken denn zu? Keiner. Oha, zwei Stück. Oha, zwei Stück. Hey, Hannes, du hattest ja gestern noch einen Spin, ne? Ja. Ja, natürlich. Oha, zwei Stück. Oha, zwei Stück. Und du hast die, die da da noch ein bisschen stehen, ne? Und du hast die, die da noch ein bisschen stehen, ne? Ja. 27 Aufrufer. Ey, wem... Warte mal. Äh, nein, nein, nein. Hä? Ich bin leise? Warum bin ich leise? Bin ich leise im Stream? Ja. ja du bist immer leise hallo ich kann es dir ja mal zeigen ja du bist immer leise hallo was geht es aus was ist doch stumm oh wow oh panna warte mein schau ey bin ich zu laut oder ist ok ist ok ist zu laut oder lass mal jetzt spielen ähm Hannes du bist im stream leise ja also ich guck jetzt nicht mehr zu im stream ein bisschen leise alle Liken ja hab ich schon aber du bist im stream Lass mich auf und alle dort ich guck jetzt auf jeden Fall nicht mehr zu hä? jemand schreibt einfach du bist schlecht im fortlein wer in den chat in den chat du bist schlecht im fortlein du bist schlecht im fortlein der Pisse ist in 101 komm digga digga was ist das? ich stumm ich stumm ich stumm ich stumm digga es ist laut okay ich stumm das bin ich mal is das bin ich mal is das bin ich mal is und ich aus dem zimmer gehe und ich aus dem zimmer gehe ich höre ich ihn immer noch Hannes warte ok äh Dings das LP ich schreibe kurz was in den chat ich versuch die mod zu geben Null äh ach warte kurz ich komm da ich wieder also ich bin noch am Hurt aber ich würde überprüft mhm der Epic Games riecht er schreibt wieder riecht uns schlecht Junge wer ist das denn? wer ist das denn? er ist Katja Kemmler er ist Katja Kemmler dieser Dame riecht 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 ja zum Kanal also kannst du mir jetzt Mod geben warte ich ich ähm abonniere dich erstmal ja das war irre Mod ähm kannst du mein Kanal pushen mach mir nachher nochmal Team mach mir nachher nochmal Team Bio dann tue ich bei dir die Beschreibungen dann mach ich mach ich ne Disco Gruppe guck mir mal und überlegt mein Kanal auch und überlegt mein Kanal auch mach dir mach dir also mach mach dir dann nen Spendenlink für Ende ist dein Gewehr manito ja schön dann mach ich dir nen Spendenlink ok mach das hey wer schreit denn da immer in den Chat komm doch du Noob Dinger adde mich und ich schwöre ich kleb dich 10-0 es sei denn du bist Nico oder so sagt da grad jemand in dem Stream adde mich diese Katja Kemmlere muss mich adden richtig schlecht Junge so bad sie muss mich einfach adden komm doch genug hey du hast nur hey Digga sie hat noch nicht mal Gameplay von mir gesehen und sagt du bist so bad Bungl Bungl was schreibst du Junge ich dachte du bist Mädchen eröffne mal Team-Video weil ähm nur Fortnite-Kantin du musst mir nur nur die Daten schnell hey Hannes wie viele Anfragen hast du? 3 Oha ich hab 86 ok ne machen wir das nach dem Stream machen wir das nach dem Stream warte warte Oha wo ganze auf killed we disgreuen neu mischt komm ab komm ne nicht über belästigung oder mobbing ja okay das geht nee aber kindermissbrauch so bad junge du hast nicht mal gameplay von mir gesehen also halt die fresse man könnte mal bitte alle streams stumm machen ihr hört mich doch auch so ich habe stimmte ich habe ihn auch stammt naja ich hab's ganz leise wer ist das ich weiß jetzt auch ja paletten dingen hier moderator ist jetzt moderator das kanal noch mal was rein ja jetzt kannst du jetzt kann ich ihn bannen und so wenn ihr alle aktiv seid dann gebe ich euch auch mord ich komme die ganze Zeit so gut aber ich meine auch in den nächsten ich mach mal den stream auf off und ich stelle alles ein also nicht so alles einstellen einfach ähm den titel stellen heute Abend heute Abend ja nee dass du mehr Zuschauer bekommst ich mach immer so ein zwei stunden streams danach mache ich auch ja okay und dann lachen wir um ein uhr mache ich das nicht 1 uhr ja warte ich muss bei meinem anderen account auch admin geben kate wer ist kate ich Ari das ist mein epigame ich hiefe als erstes kakka 82 dann hiefe ich Atlantis Ari und dann wie meldet man sich im epigames launcher neu an den wörfer abmelden guck mal guck mal er schreibt in den chat weil du bist so schlecht ich habe deinen freund gefragt er sagt du bist so bad dann hat paletten mir geschrieben wer und dann hat er geschrieben dieser daniel und dann diese zahlen ah ja was labert er ah ja was labert er digga ah ja halt's maul spaß maul ich glaub dir digga richtiger Irreman absoluter bot digga drauf zu lügen kommst du dir nach hause und gib die Schelle dann muss ich dir ins Kampfer sagen ich bin nicht ich bin nicht ich bin nicht blockieren hier blockieren ich hab grad irgendwas blockiert bamm digga es kann aber sich beschreiben Ja, das juckt mich nicht. Soll er doch nicht, älter. Soll mich nicht schlecht machen. Ich bin einfach blockiert. Gebt mal alle ready. Aber wir haben... Partia falls aus Wurst bist blockiert. Aber nur für 310. Aber nur für 310. Ich komm gleich wieder. Ich komm gleich wieder. Du brauchst meine Füße. Was ist jetzt? Wer lacht so laut zu dem Mikrofon rein? Das ist fast voller. Gib mal ready LP. Ich hab mein Headset schon mega leise gemacht. Ich hab trotzdem alle noch perfekt. Nicht alle, aber... Ich muss lachen. Und ich kümmere mich um den Chat und so ist gut. Ja. Ich versuche nichts machen. Ich mach das schon. Ah, Kismael 2 ist auch drin. Der Ehrenlose, der den Clan verlassen hat. Nein, Spaß. Wir sind immer noch Freundinnen. Ach ja, er ist ja wieder drin. Hab ich ganz vergessen. Was würdet ihr eigentlich sagen, wenn der, der in den Chat geschrieben hat, wenn ich das wäre? Hier Monkey, ich geb dir auch Admin. Ey, wie geht das? Achso, ich bin ja nicht auf meinem Main. Okay. Ich will das mit auf meinem Main experiment machen. Ich bin nicht in nur Weidste. Wegen du es zu Admin. move on Legoaz. Monkey, der me laugeder. Yanke, sagst du daz sure? Du mir? Ne, gibt dieser... Ey Katja Wie? Du mir? Gibt den everything. Äh... Genau... Hä, der wärst du mit 50, Alter? Dad erst minute alle Liken bitte. Ja, alle. Madison das realist. subtle unique white queremos. Das geht jetzt auf dem Kampifer hier. ich hatte auch mal einen youtube-kanal bis ich ihn löschen musste wieso muss also das war vor so ein paar tagen muss ich löschen so weil ich einmal facecam gemacht hat und hab und ja ja weil ich noch nicht alt genug für youtube in ihr wisst wie alt bist du ich bin auch ich bin auch ich bin ich bin 88 falls ihr fragt ich bin 88 falls ihr fragt Gestern dieser Stream von dir, Hannes, du fragst erstmal, glaube ich, LP, wie kann man denn streamen entziehen? Das hab ich noch gesehen. Du fragst mich, wie kann man denn streamen entziehen? Ich bin interessiert. Warum hat er jetzt verlassen? Wer? Na Daniel. Ich kann mich nicht bewegen. Können wir auch nehmen? Ich kann die Kamera machen. Mein Kopf wackelt. Ja. Ah, ja, ja. Guck mal bei mir. Mein Kopf wackelt. Alle denken. Das sieht doch geil aus. Geht rein, bitte. Komm, LP. Ich bin reingegangen. Ich bin reingegangen, LP. Nee. Ja, ich wollte noch in deine Falle so suchen. Sorry, Schatzi. Oha, ich hab wirklich scheiß lassen. Du betrügst. Nee, 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 das war ein Scherz. Das Desert Zone was, oder? Nee, das Zone was Desert. Nur mit meinem Desert Eagle. Sag du? Ich bin echt unangestellt, Leute. Ich bin gerade erst auf dem Kopf. Ich auch. Nur wegen Hals. Ja, ich auch. Ah, weil er's fliegt. Nee, nee, blablabla. 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 No, ich wollte nicht treffen. Ja, weil wir das gerade gesehen haben, ähm, jetzt fällt ein Schimpf draus. Doch, ich mach'n Schimpf, okay? Ist das schlimm? Direkt vor mir Germany oder BCC. Ja, ich schicken, okay? Bamm! Hast du gesehen? Alter, was ist das? Ja, ich kann's halt. Ich kann das auch mit einer Heavy-Sniper. Ich kann das auch mit einer Heavy-Sniper wegschießen, aber ich flieg auch noch. Okay, gerade hab' ich keinen Aim. Ja, wir hatten beide gerade. Ja, ich hab' immer noch keinen Aim. Eigentlich müsste ich einen Haken haben, aber ich weiß nicht. Das macht mich nervös. Oh, grad bei mir. Voll okay. Das sieht man irgendwie, alles sieht man in deinem Stream, dass ich's zuhörte. Hehehe. Hehehe. Heißt das, du schützt, du bist. Ach mann. Oh shit. Ah! Oh my god. Hallo. Hallo, ich hab' selbst gekocht. Bester. Ich bin der Beste. Ehre, ich will deine Combat. Ich bin der Beste, Digger. Ich bin der Beste! Digger, oh! Ich bin der Beste! Ähm, meinen Aim haben wir nicht gewinnt. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Ich bin auch jetzt ohne, ohne eingespielt. Ah ja, jetzt auf einmal, ne? Ach, ich bin der Beste. Also vorhin war ich auch noch nicht eingespielt, oder? Was, meine Hände? Ich meine, ich... Ja. Mach mir, denke ich, mit oder ohne runterschissen? Ohne, ohne, ohne. Ach so ohne. Ah! Oh, sorry. Ja, ganz aus Versehen. Nur in die Fresse des Gegners. Ja, normal, wie immer. Ja. Ja. Aber dann was Sorry sagen, als wär's nicht so sehen. Ey, das sieht so dunkel bei mir hier aus, ey. Macht Beleuchtung höher. Ja, ich hab schon das... Ich hab das schon das hellste gemacht. Ich hab meinen PC hier auch schon das hellste gemacht. Vielleicht liegt's an, ähm... an... Ding der Sonne. Hallo Wutzen! Hast du den Eindruck mit Zinsergrundbeleuchtung an? Ach da! Nein. Musst du anmachen. Okay. Aua. Ja, komm ich... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Du konnt' ich auch gut zu machen. Du hast dich hier hielt, du Spaß! Wut? Da kann ich jetzt wirklich nix machen. Ich hatte keinen Helix. Ja, ich hatte noch vier Minis. Also ich hatte... Interessant Finis. Komm, LP! Playsernitsね! Wollte ich den Einen machen, ey, leider. LP! Playsernits... Oh, nö! Das war so knapp. Ehrenlos... Ehrenlos! Oh, endlich hab ich n... Nein! Ne Tommy Schot-Gunn, alter! No Tommy Schot-Gunn- Man, Junge! Hä? das ist die schwerste Waffe weißt du wie gut sie ist? du musst einfach in die Gegner reinlaufen und eher zwei gedrückt halten was ist daran so schwer ja, falsch damit hast du halt kein Elbe, oder? ja komm, von zwei Seiten wieder ja, aber ne normaler Shotgun ist viel besser ja, wollen wir tauschen? ja, wie hast du mit Unsinn? ach, ich fand jetzt mal R2 nicht L2 sondern R2, weißt du? ja komm, hier sind drei Seiten so macht es auch ja, ernsthaft oh nein, da sind sie wieder runter oh ach, Digga ich hab so wenig Leben wegen euch allen ja, sorry yo komm, ja, ich bin auf Halt jo was? Digga, hör mal auf, die ganze Zeit auf den Mund zu springen ich will aber nicht gekillt werden oh nein ey oh nein, ich hab dann auch vorsehen noch eine genommen hey, wie kannst du dich sehen? oh nein was soll ich denn sagen hier haben wir oh, fach ey, jetzt gehen beide auf mich ich hab nicht ey, Digga HÄH! von wo? wo war? no oh mein Gott, dein aim okay, dein aim schäm dich so auch was? du bist so ein Ehrenmann der schaltet einfach in den Chat alle abonnen und liken und teilen sonst komm ich aufn ich hab' mich zu euch nach haus sowas schon im Account was? lass mal lass mal in den Chat du bist so ein Ehrenmann der schaltet einfach in den Chat alle abonnieren und liken und teilen sonst komm ich zu euch nach Haus Nein, das ist Ehre. Ehre, na? Nein, ist schon nice. Nicht falsch verstehen. Egal. Wer ist denn das, der eigentlich der in den Chat geschrieben hat? Erzähl deine Chat, warte, ich kann mein... Ich will auch hier... Ach man. Ach man. Ach man. Ach man. Egal, ich muss nichts machen. Ich bin so scheiße. Ich bin so scheiße. Ich habe zwei Nose-Gumps getroffen mit der Shalif-Merzer. Ich bin mindestens auf 10 Metern. Oh ne, das Handels, da gehe ich erst mal lieber weg. Na gut, obwohl Handels schlecht ist. Nein, das Land... Ach lol, von wo, Junge? Von Südkorea. Weißt du? Hö, wo bist du denn? Ja, ich kann nix machen. Es haben wir glaube ich. So, da bist du! Ja, nochmal. Ja, ich kann nix machen. Oh man, lass mal eine 1v1-Map, wo man auch einfach direkt respawns. Da spät man sich viel schneller ein. Genau, du steigst mich. Ich weiß. Sniper-Legende. Digga, wenn ich ne Sniper hätte. Wenn ich ne Sniper hab, dann bin ich halt gut. Aber nur ein bisschen. Weißt du? Ah, wieso noch? Ich brauche n' Heavy Sniper und dann kriege ich alle weg. Halles, geh weg von den Flashes. Gut, dass du's mir sagst. Da kannst du Hannes fragen, wenn ich n' Heavy Sniper hab, dann... Ja, mach, jetzt muss ich forschen. Halles. Ja, okay, dann mach doch. Okay, du steigst dich. Oh no! Ja! Ja! Oh no, Hannes... Ah, ich bin dran. Ah... Ah! Ja! ich verliere Zelt komm nach dem Match, warum wir nur 1v1 machen weil du alles auch eingespielt ja ist so, haben wir uns eingespielt ja du auch, Assi ich bin nicht eingespielt, will ich nur mal sagen ich hab nur kurz 1v1 gemacht ich auch nicht lass das jetzt meine erste Runde okay, lass jetzt alle ins Zentrum und nur 1v1 laufen nein, komm, das ist nicht sowas ja, ich hab auch vollkommen ich so saunas ist geil ja, aber wir wollen nicht zeigen, dass ich schon 2 Mal gewonnen habe ich verlass den Clan, Papa doch, Digga, du immer mit der Clan verlassen geh rein ey, mein Contrail ist einfach an meinen Händen oh, ich hab wieder geilen Mut Emojis reinmachen auf dem Handy kann man das sollst du da jemand meinen Trick nachmachen? ja alles dass du von mir Tricks nachmachst, das ist soo komisch ja, ich sag das immer, ich weiß selber nicht wieso das ist genauso wie bei ähm ey EP, chill ey, eyedredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredarn Pass auf, von den... Ernsthaft, von drei Seiten wieder. Ey, ich schieß gar nicht auf dich. Ey, also nur von zwei. Ey, lass uns. Sag auf, wie ich rauskomme. Hab mir zwei Meggis gekürzt. Ja, hau. Ey, Hannes. Ja! Nein, geh weg, Mann! Digga. Ja! Ich bin auch online gespielt. Juck mich nicht, was du bist. Digga, ihr seid zu Fuß, ihr habt's ernst. Ich hab halt gutes AIM mit irgendwann da hergewerft. Geh, Hannes. Ich seh nichts! Diese Sonne, warte, ich mach den Vorhang aus. Ich zeh nicht. Sorry, Hannes. Aber musst du sein. Ich kann nicht sein, dass du eine blaue Pampas Ach ne, ich hab komplett verendet So viel dazu, gutes End Hannes, geh ich für den Impuls Hannes? Ja, ich seh ihn wieder da Hä? Ich seh wieder was Hannes, hab ich vergessen Ich kann es wieder dunkler machen Wo bist du? Ach da Ich wollte, ich glaub, es gibt die Nachricht Wahrscheinlich Ich hab 300 Kilometer Ja moin, Digga 150er, also schon mal Halt die Fresse Ich weiß auch, warum ich die ganze Zeit gewinne Dann war ich nicht eingespielt worden Genau Komm Hannes, ich lasse meine Kräfte Oh Ich bin Komplett Ich bin komplett gestorben Ich bin unter... ich bin tot Ich bin unterdämmert Ich bin tot Ich kann jetzt nicht mehr spielen Ich guck jetzt Hannes zu Oh man Ich lauf niemals in zwei Trams rein, das merk ich mir Hannes, den kriegst du eh nicht, dann gibt dir eh gleich ein Headshot Oh 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 Es wird schlimm machen Oh, haben wir's dann eben? Ey, er kommt da einfach Ey, er kommt Digger, Hannes, ernsthaft! Och, komm, ich hab keinen Bock! Vorgestern im, äh, ne, oder vorgestern im Blazer-Jow-War, wo ich dich mit den, äh, Dingsertraps genommen hab. Okay, viel Spaß, Hannes, ich hab keinen Bock! Hey, Digger! Hey, ich muss immer noch, ich muss heller machen! Ich hab wieder drei Wochen voll zu spielen! Ich mach's eben wieder! Wenn du so scheiße willst! Ach, okay, jetzt ist er hell! Sorry! Es ist wieder hell! Gut! Hey, ich weiß, was Hannes, dein schlimmster Moment im, in der letzten... Spam dich, bitte! Spam dich! Ich hab richtig, ey, will jemand mehr Hell wie Sniper von mir? Du sollst nicht so scheiße spielen! Ne, jemand mehr Hell wie Sniper! Was hast du gesagt? Du sollst nicht so scheiße spielen! Digga! Ey, geh weg! Dinamoskin, glaub mir! Hab ich hier weg! Ich lass dich in Ruhe! Ich lass dich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Ja, okay, dann nicht! Ja, dann lass mich auch! Okay? Warte! Ich mach's! Wir gehen jetzt... Ich mach's! Ey, ich lass dich in Ruhe! Okay, okay! Ich lass Dings machen! Ich und Lp gegen die anderen! Ja, ist ja gar nicht unten Ja, gar nicht unten Ja, ist das nicht, der P ist nicht eingespielt Wir haben auch eingespielt Hä, doch Ja, ich auch nicht Wir haben beide One and One's gemacht Ja, trotzdem sind wir unangespielt Ja, scheiße Hab er okay? Der muss sich alleine holen Oh, oh, wir holen Wo bist du? Lass wir alleine holen, du holst nicht allen Okay? Na gut, hörst du ihn Ich will spoil jetzt, oder? Ja, du holst uns zwei, oder? Er hat ein 100er Nein, nein, nein Oh my God Oh my God Ich hab ihn in Northrop Er hat ein 100er Atmen Ich hab' einen 100er Atmen Ich hab' einen 100er Atmen Boah, wo bist du? OHAAA Der war dochones kürzend Northrop Raketen hier, eine Eine Rakete Warte Ah, er ist da unten! Warte! Oh no! Ich hab... Oh my god! Was? Ey! Oh nee! Oh nee, mach nicht! Digga, LP, denkst du, ich schaff das? Nein! Boah, Digga, ich bin One Shot! Er ist low, er ist richtig low! Er ist richtig low! Nein, nein! Ich bin One Shot, Digga! Äh, was, hä? Wie hast du so viel HP? Ich hab 6 HP! Er hat 113, obwohl ich ihn so low gemacht hab! Alter! Ja, okay, du holst ihn nicht, alles gut! Ich lasse ihn nur, die Teams sind unfair! Ja, Digga, ich... Ihr habt ihn gesniped! Ich hab euch jetzt fast alleine geholt! Vielleicht hol ich euch beides! Ja, kommt den! Ähm... Ja, holt doch! Oh nee, bitte nicht! Bitte nicht! Mach nicht diesen! Mach nicht diesen! Mach nicht diesen! Ich hab 80 HP jetzt! Er hat 180 HP! Er hat 180 HP! Er hat 180 HP! Ah, ich sieh! Ich hatte keine Mets! Junge! Keine Mets! Junge! Ich hatte keine Mets! Ich hab da nicht hingeguckt! Aber die Teams sind scheiße! Ey! Die Teams sind so scheiße! Ey! Man! Die Teams sind so scheiße! Ich hab keine Ey, das bist du! Achso, ich dachte, das bist du! Ja, wow, ich gegen beide, natürlich! Wir machen keine Tees! Ey, wir machen keine Tees! Nicht mehr! Nicht mehr? Oha, wusste es gar nicht! Achso, ich dachte, das ist er! Und ich dachte, wir machen noch... Ah, komm! Bam, 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 bam! Egal! Er schießt mich mit Rocket League ab! Und danach kommt er mit seiner Dropshotgun, Alter! Junge! Alter! Und dann macht er doch T-T-L! Nee, 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 ich hab keine Waffe! Nein, Hannes! Kein Bock mehr! Hannes! Ja, komm, lass gehen, lang gehen! Ich bin auch nicht rausgezogen! Wollen wir one, bam? Oh no! Lass doch einfach Dings! Public! Public! Ja, komm! Public! Public! Public ist Public! Da regen wir uns nicht gegenseitig auf! Ja, okay! Beste Public! Doch, okay, ich hab' verlassen! Also, wenn ihr RPG und ne Drumshotgun filmen, ich hab' ne, ich nehm' mir das Aluhaus! Ja, ja, wow! Bin ich zu schweißen! Ey, guck mal! Und... Drei dreiste Sachen hat Ari bei mir gemacht! Erstens, er schießt er mit Rocky-Lotsch ab! Dann geht er in meine Fresse mit seiner fucking Jumpshotgun! Und da macht der T-T-L, Digga! Da musste ich einfach! Ey, Junge! Drei Anis! Ich dachte, wir machen noch Teams und ich dachte, das ist er! Ist ja egal, ich hab' für unser Team sozusagen gewonnen, also nicht schlimm! Digga, wir haben... Wir haben gar keine Teams mehr gebracht! Ich hab' gesagt, so zu sagen für unser Team! Komm, mach das Team, danke! Ey, wie lädst du dir heute V-Bucks auf? Ja... Hast du ne Zwei-Faktor? Ich hab' Zwei-Faktor. Aber keine V-Bucks! Hast du V-Bucks? Nee! T-H爷! jetzt ist es okay abgeschäft hat egal ist es so lange das hat nicht lang hat immer mehr zu gehen die Fresse nein ich will ja nicht die uns gehen Ohne, du rissst so viel verdammt. Ja, das war alles. Kann es sein, dass ich der Einzige bin, der richtig eingespielt ist? Ich bin auch eingespielt. Ja, aber richtig? Oder bist du nur so? Halb, halb, halb. Okay, ich bin richtig eingespielt. Sieg man ja mit meiner Taktik, RPG und deinem Burnshot dann A2 durchdrücken und dann in der Fresse laufen. Und wenn du noch runterfährst, mach einfach alles! Halt dir mal an die Schnauz, die Stimme ist anders. Du mach das. Find ich gut. Ich hab mein Mikrofon ganz leise gemacht und hab einfach in mein Mikrofon geredet. Ich auch. Schön für dich. Ja, schön. Braucht ihr den Applaus? Ja, bitte. Schon irgendwie krass. Kiss My 2 ist der Einzige, der was in den Chat schreit. Dankeschön. Wer? Wer ist der Einzige? Kiss My 2 ist, okay. Das ist der Einzige. Alle erst mal Clip machen, wie ich es sich da geholt habe. Warte. Was? Ah, ok. Was? Erzählt ja auch mal ein wenig von mir, my friends. Alles. Was? Ne. Okay. Ich hab jetzt feil gestimmt. Du bist so bad. Junge Katja, verpiss dich aus meinem Stream. Warte, ich mach mal. Dann bahnen die doch einfach. Dann bahnen die doch einfach. Das ist wahrscheinlich der zweite Account. So schlecht, Junge, halt die Fresse. Nee. Ey, am Ende ist das Armin zweite Account. Ich schwör. So hab ich den hier. Ähm. 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 Hey, nein, das ist doch gar nicht mein zweiter Account. Och, Digga, nicht dein Ernst. Nein. Das bin ich ehrlich nicht. Ich schwörs ja. Ja, ja, ja. Jetzt hast du mich runter. Nee, ehrlich. Ich bin das nicht. Dann glaub mir nicht. Dann isst du nicht. Nein, das ist jetzt gegen euch. Ich hab ne Pum. Ich hab ne Pum. Nein, 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 nein. Nee, nein, 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 nein. Annalis auf mich wird geschossen. Ich hab keine Woche. Ja. Ehre. Ehre! Ich hab ne Schot gar nicht. Oh, da ist nicht ne Pum. Ja. Bei mir. Bei mir. Eusen zwei Gegner. Und ne Jagdgewehr. Ich brauch ne Pum. Ich hab ne Pum. Och, ich hab ne Pum. In mir. Bei mir ist ein Trio. Bei mir ist ein Trio. Bei mir ist niemand, aber ich hab kein Lut. ja bei mir sind noch mal zwei noch einen one shot gemacht warte ich muss mich auch hier ist ein super geil erst mal ein dritter geil Oh ja. Man, ich brauch Meils. Ey, hier liegt nur ne Pump. So, und ne Gange. Ist noch mal weit? Nice. Warte, ich komm mal. Ich hab noch Jump Rift. Ich hab noch Jump Rift. Ich hab noch Jump Rift. Wir holen grad ihre Teammates. Ey, ihre Teammates? Oh mein Gott. Warte, erstmal so. So. Ah ne, das geht ja gar nicht. Oh mein Gott. Ey komm, ihr mitzune... Ja. Entschuldigung. Stür den Roboter. Ja, genau. Warte, ich bin gleich da. Ey, Mann. Okay, komm mal. Was sollst du machen? Der kann nicht hin. Ich hab aber keine Pump. Der geht, der geht. Einer kann nicht hier hin. Ich komm. Komm ey, hier muss... Der muss in meinem Team aufmachen. Der kann nicht hin hin. Ja, wow. Jetzt finisht er. Wo? Meine Karte. Über dir. Ja, hier, hier. Ich hätt dich nicht hier hin sollen, Mann. Ja, hast du doch auch gar nicht. Das hab ich. Ja. Ja. Er muss wie ein O.D. Der ist so schnell. Der ist tausendmal schneller als ich. Ja, die haben ihre Teammates grad ge... äh, glaub ich. Sind grad am gehen. Ja. Deswegen geh ich kein Tilted, weil es einfach scheiße ist. Ja, ist so. Ich feier Tilted. Ari, du hast Tilted. Ich hatte Tilted, ja. Warum? Tilted ist einfach der größte Schott. Das geht genau wie... Äh, das ist wie Tilted. Nein, wie Tilted geht. Es gibt kein Ort mehr, wo man landen. Doch. Warum kann man die Typen nur für 300 Sekunden blockieren? Wen? Die sind Katja Kemmle. Kemmle. Okay. Ich weiß nicht. Ich schwöre, Ari, das bist du. Ich schwöre. Ich schwöre. Wieso? Hey, es ist irgendein Hater, der mich kennt. Keine Ahnung. Der mich kennt. Ich hatte direkt, als ich meinen Zeit Livestream gemacht hab, hatte ich direkt zwei Hater. Ja, es ist... Es ist einfach irgendein Hater, der es aus Spaß macht. Weil er... ...gibt mir kein Dislike. Es ist doch mega gute Quote. Sieben Likes, null Dislikes. Ich schwöre, wenn jetzt irgendjemand von euch Dislike macht. Ich sehe, wer Dislike sieht. Ich schwöre, ich schwöre. Ich schwöre, Ari, du musst gleich gleich. Ja, ich auch. Hä? Und warum ich? Warum? Ich geh jetzt kein Titel, das sag ich euch. Ich auch nicht. Ich zahlte. Ich hab's heute mal klären. Du hast Titel gekäärt. Also komm, man, nicht so gut, weil es ist... F... Ja, du lägst es alles. Ich weiß. Ja, ich merk's auch. Ich geh blaues. Ey, Digga, jetzt hab ich Dislike! Es war so klar. Digga, Ari, mach den Scheiß Dislike weg. Warum? Oder diese Katja, oder... Ja, bin ich das? Bin ich das? Ich hab nur ne Schneider. Ey, Leute! Wenn ich gleich wieder keine Waffe kriege und sterbe... Kann nur ne Lille an der Sniper. Oh, ich hab so ne Lille an der Pumpe. Ich hab den Lille gespielt. Ey! Der ist so one shot. Warte, ich komme. Hier sind Gegner bei mir. Warte, ich komme. Ja. Ey, Digga, mach mal den Dislike bitte weg. Egal wer zuschaut. Ja, wenn's ein Hater ist... Keine Ahnung, obwohl... Hä? Habe einen? Stark sowas. Ey, Digga, dann... Wer auch immer zuguckt, bitte mach den Dislike weg. Warte, hier. Ach so. Wer auch immer das ist, bitte mach den Dislike weg. Ey, der Typ ist immer mega... gestern oder so. Und direkt hast du irgendeinen Hater oder so. Guck mal, guck mal. Ich hatte einfach nur ne grüner R. Er... Er hat nur einen... Ja, aber... Guck mal, du spielst du erst gestern. Keiner kennt dich so richtig aus, außer deine Freunde und so. Aber... Ich hab Slashies... Oh! Oh mein Gott! Oh, noch einer! Oha, der... Junge, ich hab einmal Raff, einmal Raff. Einer Pumpe. Du hast schon dann... Nein. Ich hab' keiner. Ich hab' noch ne Sniper. Hier, lila... Lila ne Ballsniper. Lass' mir gleich Splashies gehen. Ja, okay. Warte, ich muss mir aber nur noch kurz meine Bandys... Kommt mal alle her. Digga, direkt hier ist ein Roboter. Ey, wollen wir Roboter spielen? Ja, ja. Gehen gleich. Ja, ey, ich fahr, ich fahr. Ich fahr. Ich fahr. Ja, okay. Ich und Hannes machen das. Weil ich bin der krasseste Empfaden-Papa. Also ich bin... Dann... Naja... Wer auch immer der Hater ist und Witz macht den Dislike weg. Du musst mir auch nicht sagen, wer du bist. Ja, dann... Dann sag doch einfach... Sag doch einfach, er soll rausgehen und den Dislike wegmachen. Ja, das wir da aber nicht machen. Ja, das wir da aber nicht machen. Ja, wirklich. Oder er wird so tun. Digga, wer auch immer der Dislike hat. Witz, du musst mich ja nicht mal abonnieren und dann liken, aber Witz machen hat sich Dislike. Besser. Aber ich bin jetzt ehrlich nicht. Ich schmerz ja nicht. Ich bin froh, wenn ich... Ich bin froh, wenn ich... Ah, ja. Ey, ich schuhe. Ey, Palette, wie? Ich fahrpustig. Loll, ihr seid schon da vorne, Loll. Da vorne bei... Loll, ihr seid einfach schon in Dusty. Können wir nicht kommen denn auch? Können wir nicht kommen denn auch? Oh, warte. Nein, nein, ich glaube das nicht. L.P.? Ja. Warte? Hier ist ein Miggy, by the way. Ja. Ich weiß. Seit wann hat dieser... Dieser Roboter wurde stärker gemacht! Oh Gott! Na klar, der hat es vorher auch... Oh, guck mal, er hat mehr Leben. Ja, was darf ich weniger Roboter? Kann ich... Kann ich... Ja, dann kriegt man keine Mail zu mehr. Warte, komm mit. Ne, gönne den WG, den ich dir da gekloppt habe. Ja, wo? Warte. Ja, wo werden wir hin? Ja, so. Als wenn man keine Mail mehr bekommt, dann wird das nicht in den Land los. Ist so. Und man hat einfach... Nein. Man hat einfach... Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Ich muss da raus, wenn man ein Foto hat. Ich bin schon drin. Nee, er ist ja drin, dass die Anfänger... Ja, Mann ist doch... Aber das Ding ist, wir haben... Ey, dort hinten ist noch eine Bot, da wollen wir dort hin. Meine Königke trotzdem noch gestoppt. Ja, Digga, ich will meine Tat und so. Er hat die jetzt aufgesammelt. Ja, komm. Ich schwör, ihr seid so ehrenlos. Ich hab ein schlechtes Gefühl. Nee, wird doch alles weggenommen. Ja, juck mich nicht, wie er es weggenommen hat. Ah, ja. Erstmal armen alles. Ich schaffe, ich will noch was. Du kannst sie doch nehmen. Du kannst auf Moni bleiben. Ja, wir können den Moni blocken. Ah. Warte. Wir gehen in die andere Halle. Ey. Schieß mal kaputt. Ja, jetzt. Okay, die Paletten muss ich auf jeden Fall farmen. Hey, Hannes, hör auf. Oh, Mann. Hannes? Ich mach gleich da. Ja. Alter, Hannes, guck mal. Oha. Wie groß. Alter, oben auf dem Berg. Oha. Digga, lass. Oh ja, lass da hin. Ja. Spring zur Seite. Schieß. Schieß. Ja. Schieß. Dann. Ja, nicht schieß du da vorne. Ansonsten. Hat 25er? 21er? Ja, du musst die Treppen hoch. Nein. Wollte ich gar nicht. Okay, er ist weg, jetzt. Ey, die verschwinden. Ist egal. Unser Berg. Wollen wir dich kaputt machen? Ich hab... Okay. Steig in Neuland und in der Welt. Äh, von wo? Äh, what the fuck, von wo? Hä? Auf jeden Fall ist das schlechte Snipen, ich hab's ja nicht so was großes Snipen. Okay, also wir haben noch genug, äh, Leben. Unser Roboter. Ja, fast cool. Ja. Ah, da unten ist noch ein Roboter. Da unten ist noch ein Roboter. Schieß mal auf den, schieß auf den. Alles. Alles. Nein, auf den Roboter. Auf den Roboter. Digga! Wieso blockt ihr hier, als ich will raufkommen? Digga, Leute, ihr blockt. Ihr blockt nicht, ich will raufkommen und ihr blockt nicht. Zu ehem. Ey, warte, Snipecord. Niemand anders kann fahren. Einer für mich. Noch einer für mich. Okay. Noch einer für mich. Ey, die explodiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geht mal näher ran. Geht mal näher ran. Ja, die anderen zwei. Die überkramt er gar nicht. Da hat der eine. Ich hab einen fast. Er macht das Bröse in dem Roboter und macht Selbstzerstellung. Oh mein. Wo? Warum bin ich gestorben? Tim, was ist raus? Du kommst nicht, stellst du. Okay. Naja. Ich gebe dir zu ihm, oder? Ja, zerspielen. Okay, warte ich. Digga! Was? Von oben. Komm. Mein Gott, was ist das egal. Hat einer hier? Halt einen Geld. Halt einen Geld, den wir jetzt weggehe robbery. Digga! Was macht der? Hat einer hier? Ja, welcher fucking Roboter schießt mich denn vor, fuck? Ich bin jetzt nicht eingestellt. Warte, Ari, geh du rein, geh du rein. Okay, aber ich fahrer. Die Muni da unten brauche ich. Lass die Muni da unten. Ja, ja, gerne. Ah, da oben ist noch einer, da oben ist noch einer. Ja, spring auf! Oh, nur springt da hin, ich spring gar nicht dorthin. Was ist denn Luder? Ey, sie gehen wieder mit dem... Ey, guck mal! Warum schießt du den Roboter? Ich hab mich! Handel, du fackst grad richtig ab. Was mach ich denn? Ja, du schießt mich die ganze Zeit runter. Hey, ich hab dich nicht mal gemütet. Ja, ich spielte da bloß ein Sprung an mich aus. Nein! Nee, nee. Ich hab mich nicht. Unser Roboter ist vor Ort. Ich sag jetzt schon mal aus. Ja, ich sag jetzt schon mal aus. Unser Roboter hat 90 HP. Ich hab' keine Metzen mehr. Ich hab' 30 HP. Das ist noch Roboter. Ich hab' noch Roboter. aber auch ich hab ich hab ja zwei kann ich dir geben das glaube ich auch noch ja das machen wir 18 das ist 2 ey Sniper brauche ich auch Sniper brauche ich auch ich hab 4 Schuss da muss hier so Hannes geben Hannes und Gärte wir müssen sofort zerstören ich sehe die Hälfte ey hallo ich gebe dir auch mehr ja ja das macht Puck was denn ihr macht Puck ah da vorne noch welche von der Seite ja das macht Puck ja ey ich hab kein Bock mehr ich hab so kein Bock mehr schau mal die sind so los ich hab da hinten ein die sind meine Mets und die die sind so aus und ja hat sie keine Mets ey da das nhữnger könnt ihr meine Karte holen da ist eine sagmal wenn was aufgeht ich hab einen ap gehabt acht kills wieso gibt es nicht so ein alter ich gebe dir 20 die gehütze und dann machen sie ja meine selbstestudium weil es mir nichts gebracht hat. Digga, es fängt zu ab! Ich werde demnächst wieder Fortnite spielen. Äh Minecraft. Okay. Minecraft? Okay. Minecraft kommt grad wieder die Trends und ich möchte nicht einer der letzten sein. Also ich kaufe mir wieder. Ich mache mir neuen Accounts und so, aber... Mache ich mir dann auch zusammen? Alles? Hä? Mocken wir dann zusammen? Ja, klar. Ich werde mir neuen Accounts machen und dann werde ich mal wieder ein bisschen reingrinden und gucken, ob das Game immer noch so viel Spaß macht wie früher. Ich dachte grad, da lag nicht Spaß, die du grad aufgenommen hast. Mp. 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 Zollti. Oh, Frasher? Frasher? Okay. Hannes, hast du immer noch den Dislike? Ah, diga, ich hab's nicht gesehen. Och, Mann, ich hab's so... Digga, also ob ich jetzt die Frasher geh. Hannes, 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 hat diese eine immer noch den Dislike? Äh, ich glaub schon. Ah, ich lande auch so tief, diga, ich hab... Hat dieser eine noch mal was geschrieben? Ich hab absolut keinen beworben. Katja wollte irgendwas schreiben mit Euer Sport ist voll scheiße und so, ihr seid alle scheiße. Und dann hab ich den ausgebildet. Und dann da unten! Der Trommelscheiße! Digga, warum läuft der so? Man kann ihn gar nicht schicken. Digga, was läuft der so? Oh mein Gott! Ja, wow, er hat ne Pump! Er hat ne Pump! Ich hab ihn! Äh, hol einfach meine Karte! Guck, was der verlootet! Digga, er hat einmal ne Blau Pump! Komm, ey! Äh! Und was? Und wo? Und wo wurde ich gekillt? 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 Digga, sag zu! Lass mal paar Leute einladen und creative zocken. Und wo wurde ich gekillt? Ich mach' jetzt mal schnell ne kurze Auszutage. Ich hab' gar kein Buch. Ja, okay. Bis später! Mach' mal Trios! Ach, ne? Warte, dann mach' mir das Squad... äh, das Trio... von diesen Dark Dingern! habt ihr alle bleistift diese hacke ja ja okay dann lasst alle bleistift mitnehmen ich hab bleistift nicht oh dann nimm irgendeine black also irgendeine dunkle hacke ich hab noch so eine ganze drachenklaue nehmen okay warte ich guck dir grad im stream zu welche zu groß habt ihr alle eisenbrecher habt ihr alle eisenbrecher ich nehme die scheiß auf welche farbe fahre lila würd ich sagen okay oder blau oder lila lila ist einfach meine lieblingsfarbe bei mir ist dunkelblau bei mir ist regenbogen regenbogen farbe herr hannes warum hast du jetzt geld die farbe sieht eh niemand alles wie viele Punkte hast du ich hab's grad im Studio nicht gesehen 3852 oha ich hab grad mal 2600 oder so oder weniger ich glaub ich hab 1009 gesagt ich hatte 4000 früher ich hab grad mal 2000 ich hatte 4000 das war gut ich krieg da so die Lose und die Klamotten ja die Season 8 die Season 7 war Eiskönig und Schnee und alles ja die Season 8 ja ach so jaja wollen wir Paradise? ich hab keinen Bock grad auf Kills ja ich auch nicht kommt vielleicht ein Trio mit das geht vielleicht komm lass die AFK Leute töten ja 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 geil lass die AFK Leute töten dann kriegen wir wenigstens paar Punkte und wenn überhaupt jemand wahrscheinlich in Arena AFK ist das stell ich mir nicht soo gut vor vielleicht haben ein paar Leute disconnected oder so stimmt ich spiele eigentlich mit dem Ladenkabel ne ich auch nicht ich auch nicht ich hab halt trotzdem und nuller Ping meist ne ich hab die ganze Zeit ein 20er Ping obwohl ich ohne Ladenkabel spiele über die das komische weiß ich spiele ich spiele auch mit WLAN ich spiele äh Pump und ich bin Main auch hat nur ne Tag ich hab ne MVP ne DreischlüsseP auch hat nur ne Drumshot dann ich hab drei Schot dann welche welche ich bin äh gib mir eine nur bei mir roter Ritterin ich helfe dir so recht du Ehre hast du Muni? äh ja bis jetzt oh bro sorry ich hab auch wieder einen Schuss gegessen zwei oder ein ah er ist geändert ja hier sind zwei Leute und ich redet mal bis gleich komm her ich gönn mir Beilnis was was oh man wow der ist verrückt der ist so krank er ist ungewand ich komm zu euch ja ich halte seine wall alles, wenn wir schnell herkommen der ist krass ich bin hier ich hab den Halle ich hab auch weg wo ist er? Oh nein! Oh mein Gott! Ich hab keine Mets mehr! Ich hab keine Schotten! Einer krieg ich los! Hä? A-B-Ein! Stark, der war los! Ach, ich bin nicht! Stark! So nice! Ach, Jungs! Äh, hier liegen Bandages von mir Ach so! Ach so! Ach so, hier! Kann ich pumpen? Pumpen? Ja, komm her, ich hab 20! Ich muss noch nachladen! Da hinten! Hast du mir auch was? Ach so, ich muss noch nachladen! Hier! Ich bin mit blauer Acker! Oh, auch noch da! Darf ich auf Antibet? Ähm, ja, kann so! Mach! Du bist eh der Beste! Das ist halt, wenn ihr eine AR kriegt! Ich hab irgendwo eine AR gesehen! Ich hab null Eier! Ich hab null Eier! Ich hab AR! Null Eier! Ich hab AR! Warte, warte! Oh nein! Fuck! Da oben war einer Solo! Hier, ich hab 24 gedrockt oder so! Warte! 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 Achso! Brüchen wir! Der da oben ist alleine! Ich hab nur eine Cone! Äh, nur Kobe! Oh! 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 Noch einer! Ey! Von der Seite! Ich hab auch einen! Nein! Ich hab einen! Ich hab einen! Ich hab einen! Ich hab auch noch einen! Ja! Scheiße! Mann! Er war nur genockt! Warte! Ich muss gucken! Warte! Ja! Ich hab den Kild auch bekommen! Warte! 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 Das war nicht Paradise oder so! Alter! Komm nicht wieder! Ey! Wir müssen jetzt mal richtig! Tötet oder so! Nein! 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 Defensiv! Okay! Wir müssen zwei, drei Kills machen im Endgame! Und komplette Platzierung! Komplette Platzierung! Ja! Okay! Ein! Geh mal aufbreit! Ich stream jetzt seit, ähm... 68 Minuten! LOL! Voll viel! Ich muss diesen Kopfscher wegmachen! Hallo! Ist er noch da? Er ist grad weg! Brauch was zu saufen! Okay! Achso! Ah, okay! Ist da! Ich hab fast die 2000 Punkte! Ich hab nur noch zwei Zuschauer! Ich hab nur noch zwei Zuschauer! Was? Ich hab nur noch zwei Zuschauer! Ich hab nur noch zwei Zuschauer! Ja! Wo ist das denn? dann bin ich glücklich Herr Hannes, warum bist du grad auf PC? Ich bin auch an meinem PC, aber äh... Nein, wie... Deswegen eigentlich kann ich an meinem PC könnte ich auch einfach, ähm... aber das... das... Nein, ist doch egal. Ich hab auch nur 60 FPS. Dann ist halt die Graf... ja, 60 FPS. Der Falter ist heute... keine Ahnung... Ein bisschen später. Warum? Ein bisschen später. Fett. Achso, ja, okay. Dann geh ich da hin. Ich geh da hin. Ich geh da hin. Aber wir machen dann auf jeden Fall Tramix im Feld, ne? Hab ich gehört. Ja, ich auch. Ja, aber ich hab meinen Fisch grad nicht. Achso, ich seh nen Lama. Oh. Okay, dann geh ich auf den Berg und ihr geht hier vorne. Ah, ja, ich seh's auch. Ich geh berg. Ich komm gleich nach. Okay. Dann probier mir danach das Lama. Immer noch, noch. Ach, fuck, hier ist keine Küche. Oh, Automat. Ich hab keine Waffe. Immer noch nisch. Okay, ich brauch nur noch meinen Fisch, dann bin ich ein Trimax. weil ich auch nicht auslöse das Lama war. War am Airlines. Ich hab nur ne Zeit. Ich hab ´ne Schali graue MP. Ich hab ´ne Schali graue MP. Dann halt ´ne Heavy Fly Furnves. Und dann noch n ´ne Heavy Fly Furnves. Und dann noch r und Winny. Da mir ist Anna. Bei mir ist Anna, bei mir Bau irgendwie ganz. Ah, noch nur AR. Ja, bei mir ist Anna. Ja, bei mir ist Anna. Da mir ist Anna. Ja, bei mir ist Anna. Schöne kurz ins Laben und dann bin ich da. Ab 1. Sehr schön. Hot Shots. Oha, er hatte nur blaue AR. Ja, ich nehme den ganzen los, finde ich gut. Ja, okay, komm. Er hat ein bisschen Tech-Money. Du kannst mir nur Tech-Money gegen. Nein, nicht. Tech-Money. Ach ja, dann ist egal. Ich hab noch 6. Ah, da vorne ist einer. Der holt sich das Lama-Hand. Das ist schnell. Ich bin schon. Achso, der will sich das Lama-Hand. Ja, der ist da vorne. Pass auf. Der leckt ein bisschen. Hunderbar, Hit. One shot, one shot. Einer fehlt. Noch einer von der Seite. Ich hab's aufpacks. Hab einen. Okay. Finished. Hä? Er hat mich durchs Feld gekillt. Ich hab alle. Hab alle. Er hat mich durchs Feld gekillt, ey. Ich hab alle, alle fehlt. Okay, wenn du wieder nimmst, gib ich dir Bandys und danach können wir sauf. Oh, komm mal im Feld, komm mal. Dann komm mal im Feld. Dann komm mal im Feld. Am Feld kann man... Ich hab nicht jeden, glaub ich. Doch, kann man. Oh, Leute. Ich hab drei. Äh, wie viele Case habt ihr? Ich hab drei. Einen? Und mir wird einer gesprochen. Rocketmon. Aber ich... Ich egal. Rocketmon kann ich nicht mehr spielen. Bandys und danach schmeiß ich Southpacks. Ja, vier. Ja, Rocketmon. Ja. Hat jemand Pump-Momi? Äh, ne. Also hat es hat. Ich hab. Äh, hier liegt ein Infanteriegewehr, wenn ihr braucht. Und ich hab übel viel im Netz. Ich mach dich rein. Also wir sind auf jeden Fall... Aber ich hab noch einen Mini. Aber ich hab noch einen Mini. Ich hab noch einen Mini. Sweater Squad. Ist da. Äh, hat... Äh, Hannes, hast du SMG-Mini? Äh, ich hab das. Danke. Hat im... Hast du Sniper-Mini? Okay. Alter, und seit lange regelt bei mir ne graue Tag. Die graue Tag. Die graue Tag hat alle drei Leute geholt. Ja, jetzt hast du ne epische Combat, oder? Ja. Ich hab ne graue R, ne graue Tag, ne graue MP und... Boah. Das Ding ist, graue Tag ist wirklich gar nicht so bad. Ja, ne Tag ist an sich gar nicht gut, äh, schlecht. Ja, alle sagten, oh mein Gott, nee, ich hab ne graue Tag, wir haben die jetzt schon verloren. Ah, Jumpshot. Ich hab nen blauen Automaten mit ner Sniper, Southpacks und, äh, Tampa, was soll ich nennen? Ich hab ne Sniper. Sniper Legenda. Oh. Und, hä, du weißt selber, dass ich schon Sniper'n ging. Ja. Ich weiß. Chill. Ja, also. Ich bin mit dem Sniper, ich bin mit dem. Chill mal. Ich hab'n immer. Bitte. Chill mal. Chill mal. Ich hab'n immer. Ich hab'n 3. Ich hab'n 3. Einfach, ich hab'n... Hä? Aber du wirst gestor- Oh, ich hab'n... Wow. Was ich aus der ersten Kiste gefunden hab. Ja, brauche ich nicht. Ich hab'n schon ne Heavy. Guck mal. Ich hab'n das direkt aus der nächsten Kiste gefunden. Oh, Mann. Ehm. Ich hab'n gleich Fullholtz. Ich hab'n schon Fullholtz. Ich hab'n schon sehr>- ein • Thermal. Und Fullsteins. Auch Sam siamo allem über 300. Ich hab'n sich bezü tutti. äh, Fullsteins und Fullholz. er preste pedigernische und motor版ische ich k align Story Guck mal und dann 50 Steinen und Null-Mittel Ey guckt mal in meinem Team was ich für ne nice Waffe hab Jetzt hab ich auch schon fast voll Stein und ich hab voll Stein Ich kann mitnehmen Hey hört ihr mich noch? Ja Achso jetzt, gut Ah, hier Ich seh hier gar keine Gegner Ah, wie kannst du reden? Ich kanns decken Lol, er redet nicht Ey, wie viele Minis hast du? Ich hab jetzt mit denen da, wenn ich die da gleich hab, dann hab ich 6 Und jetzt hab ich nur 3 Ja, okay, kann ich schon Ja, weil sie nicht sagen Ich bräuchte auch sowas für Feine Deswegen Ari, wenn du gestimmt bist, komm mal zu mir und tanz Ari, komm mal zu mir und tanz, wenn du dich hörst Ah, er redet wieder Er redet wieder Er redet wieder Doch, ne, echt Das gegen bleibt nicht Vielleicht bleibt der, der zu kurz auf mir auch nicht Oh, da liegen noch mehr Minis, ich hab 8 Granaten Ich kann mich nicht mitnehmen Ich hab schon Also ich mein 2 Warte mal Und ich kann nur 1 Warte mal Warte mal Ah, wir müssen jetzt 2 noch Dann hab ich 5 und auf 4 Dann hab ich auch 1 3 Ja, er kriegt gleich gleich nicht so gut Der kriegt gleich mal gut Der 1 mit Zuschauer Geh weg Nein, geh auf deinen Splashys Ich brauch keine Ne, ihr braucht beide Ne, ihr braucht beide Ey, in ner Runde passiert ja gar nichts Das ist doch gut Ist doch gut Ich will noch ein paar Leute in mir Ich will noch ein paar Leute in mir Dann einfach snipen Dann einfach snipen Oder wie nehm ich Ein Slurper, äh So, ich gegen 3 Minis und dann nimmt jemand die Kramise? Ja Ja, ja, ja Hier liegt das Infanterrede, was? Ich hab's nur genommen Oder Ja, komm Ja, komm Hier, hier 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 Danke Du kannst mir eine blaue Eier hin Oh ja Was ist das? Weil, Hannes, du weißt, dass ich für eben hack Ja, ja Ich muss nach der Runde erstmal auf Ah, da vorne ist ein Gegner Ich hab's wahrscheinlich dann auch gleich Ähm, Basketballplatz Ich hab' einen Basketballplatz Ich hab' einen Basketballplatz Ja, ich hab' einen Basketballplatz Ah, ja dann Ah, No Skin Ist da Nein, das ist ne goldene Predigerweller Ah, ne, das ist linkweller Ja Wartet Warte 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 Warte, ich probier' den zu snipen Hau Warte Sechściebziger Sechściebziger Äh Siebziger erosiebziger Jagdunity oh Ey Junge, R1 pumpt mich. Ich konnte noch nicht mal mehr schießen. Ich war direkt da oben. Direkt? Ja okay, tschüss. Ah, ich kann doch noch.